Moin moin und willkommen zum Vlog 1.605 für den Mai. Ich bin wohlbehalten zurück aus der Zombie-Apokalypse und ich fange direkt mal mit der schlechten Nachricht an, dass mit den Aufnahmen mit der Action-Cam hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Tonqualität und die Videoqualität ist leider echt fürchterlich gruselig geworden. Deshalb wird das wohl nichts werden mit den Videos über die Zombie-Apokalypse, aber es war soweit ganz gut. Also kann ich nur empfehlen. Jeder von euch, der auf sowas mal Bock hat, ist anstrengend, aber macht auch jede Menge Spaß. Und ja, wir haben das gut überstanden. Ich bin glaube ich auch nur zweimal drauf gegangen in vier Tagen, also von daher gar nicht so schlecht. Aber kommen wir mal zum Kanal. Und zwar habt ihr ja abgestimmt, was wir mit dem Angezockt am Montag machen wollen. Und 44% von euch, das war die Mehrheit, hat gesagt, lasst uns doch ein zweites Mal Hardcore-Köbel machen. Und dem Hinweis werde ich auch folgen. Und zwar ab dem nächsten Monat. Das heißt, es wird am nächsten Montag, am 30. Mai, nochmal im Angezockt geben. Und danach schauen wir mal weiter. Schnell weg. Schnell weg, die bösen Eingeborenen. Das heißt, ich werde dann ab dem Juni beginnend erstmal die ganzen Sachen umstellen auf eine zweite Folge Hardcore-Köbel. Ich werde trotzdem noch ab und zu mal ungeplanten Angezockt bringen, wenn ich ein interessantes Spiel sehe. Ansonsten wird das am Montag jetzt mal das letzte werden. So, dann noch zum Thema Livestream. Es wird diesen Freitag keinen Livestream geben. Also am, lasst mich auf den Kalender gucken. Das ist dann der 27. Mai. Da gibt es keinen Livestream, weil ich privat unterwegs bin und abends einfach keine Zeit habe. Den Freitag darauf gibt es aber einen Livestream. Und den werde ich auch ankündigen und euch wieder ein bisschen was zur Auswahl stellen. Ich denke mal, der Iron Kerman wird wieder mit dabei sein und auch Hardcore-Köbel. Und für die dritte Option schreibt ihr einfach mal rein, was ich als dritte Option mit reinnehmen soll, weil das Video käme ja dann nächste Woche, wo die Abstimmung losgeht. Und ja, da nehme ich gerne euren Input an. Ansonsten, was ist noch passiert im Mai? Wir haben im Mai die 800 Abonnenten geknackt auf dem Channel. Hallo, neue Abonnenten. Also es geht weiter fleißig vor jetzt. Wir sind mit merkbaren Schritten in Richtung der 1000 Abos unterwegs, wo ich dann meine glorreich angekündigte Aufgabe der gestengesteuerten Mondlandung irgendwie mal erledigen muss. Aber noch habe ich ein bisschen Galgenfrist. Nämlich genau genommen sind es glaube ich heute 815 Abonnenten, wo ich das Video aufnehme. Also ich habe noch 185 Zeit. Und die werde ich auskosten, bevor mir die Arme abfallen. So, ansonsten gibt es gar nicht so viel Neues, so viel Großes zu berichten. Das im Hintergrund ist übrigens Pixel Piracy, falls ihr euch fragt, was ich hier treibe. Auch wenn ich das jetzt nur so ein bisschen halbherzig tue, weil ich mich darauf konzentrieren will, mit euch zu reden, während meine Piraten hier ihr Schiff vollkacken. Ja, genau. Ich werde euch nächste Woche also noch ein neues Spiel vorstellen. Und dann gucken wir halt einfach mal. Gebt mir trotzdem gerne immer Informationen, wenn ihr sagt, wow, das ist ein Spiel, das solltest du trotzdem mal irgendwie zeigen auf dem Kanal. Auch wenn es angezockter nicht mehr regelmäßig gibt. Und was ich gerne probieren möchte, den Link packe ich euch jetzt gleich mal oben in den Infobutton rein, ist ein Input von euch zu sammeln eigentlich, um rauszufinden, welche Mods ich denn mal beim Kerbel Modding Mittwoch vorstellen soll. Ich habe mittlerweile sehr viele Mods, die ich sehr interessant finde, vorgestellt. Ich hatte hier und da in den Kommentaren auch schon Bemerkungen von euch drin. Ich möchte das gerne ein bisschen mehr auch noch fordern von euch und fördern, indem ich euch ein Formular gebe, in dem ihr quasi einfach eintragen könnt, hey, guck dir mal dieses Mod an. Das ist ganz cool, das wäre doch mal interessant. Und so habe ich dann auch eine kleine Liste für die Zukunft an Mods, die ihr gerne mal sehen möchtet auf dem Kanal, sodass da noch ein bisschen mehr Interaktion reinkommt. Ja, ansonsten vielen Dank fürs treue Zuschauen. Und ich denke mal, auch der Juni wird ein lustiger Monat und ich bin mal sehr gespannt, ob wir zum Juni-Vlog dann quasi die 900 Abos feiern können. Ja, wie gesagt, bin ich sehr gespannt und ich freue mich drüber, wenn ihr weiterhin dabei bleibt und zuguckt. Vielen Dank für eure Views, vielen Dank für eure Abos und wir sehen uns dann am Freitag wieder, wenn es heißt Hardcore Kerbel und mal gucken, was wir da so treiben werden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss.